Das wird ein ganz toller Sommer mit dem neuen Haus. Willst du ihn schon sehen? Uwe, du musst auch was essen. Eine Party am Wochenende, kommst du? Cool. Hast du schon mal einen Jungen geküsst? Hallo. Du denkst wirklich, dass sie hier noch anruft? Es gab auch schon andere Gründe, warum du nicht ans Telekom gegangen bist. Warum nicht da? Mama, Papa zieht in den Keller. Komm mit, bitte. Der Nachbar hat mich in den Flügel schmissen. Mama, Papa. Ich bin auf eine Party eingeladen. Würdest du Anna bitte fragen, wie es ihr geht? Wie geht es dir heute, Anna? Du musst jetzt wunderbar sagen. Wunderbar. Jetzt müsst ihr euch küssen. Küssen? Ihr sollt euch jetzt küssen. Vielen Dank.